Müsst mir dann noch mal zeigen, was du meinst, aber ja. Ja, einer ist Mädenhol und der andere reden oberenunde. Ja. Ja, möchtest du die Räume machen? Wir kennen einen. Ja. Nee, nicht schwierig mit der Össachgaufel und der ist ... Ja, das war irgendwie ein Stab. Bist du Mädenhol? Ja, Mädenhol oben. Ja. Ja. In der Richtung. Ja, da kommt Nahrzug nehmen, da kommt es auch mal. Also einen Bagger will er jedenfalls ganz gerne pippeln, das hab ich festgestellt. Ja, ich mach Mädenhol, äh nein, ich bin nicht Mädenhol. Ich bin explodierender Raum, oder? Ja, das ist echt unverteilsch. Achso. Nein, ich bin Bagger. Nein, ich bin schon so ganz krass. Was, du meinst, da ist doch Algen bei uns? Genau da hinten im Eck, oder? Ja, ich sind nicht mehr. Gut, das kenn ich. Das muss auch ganz gerne. Ja, ich muss jetzt mal einen Moment halber eisen. Wenn meine Hinsler weiter geil wieder sitzen sei. Ja. Na, Entschuldigung. Ich eisen. Ja! So ist der süchte Tostnübter! So. Also. Das ist der explodierende Raum, oder? Ja. Was, was kommen wir noch mal an, wo es explodiert? Äh. Oben über dir ungefähr. Wie über mir? Ja, das explodiert aber ja. Ich bediene, als bloß, wenn es dir anders schießt, wer es sah. Was? Ich bediene, als bloß, wenn es dir anders schießt, wer es sah. Da drinnen, oder was? Ja, da kannst du aber dir abschießen, ja genau. So wieder abschießen? Oder ist es eher schlecht? Äh. Äh. Macht keinen Unterschiede. Da kann man mir schnell rein. Okay. Und dann da hinten in der Ecke raus. Ja. Ach so. Okay. Ja. 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 Dann geht's. Na ja. Ist gut. Ich gehe jetzt einfach auf dieses Mal. Gut, dann geh ich jetzt mal weiter. Wo geh jetzt jetzt? Komm ich gerade mal. Das ist jetzt aber eine wo die Gänge. Du gehst jetzt, jetzt, in diesen, oder? Nein. Ein paar Jahre alt. Das ist jetzt vor mir. Ja. Da komme ich auf Mainhole. Ja, das ist mein Name. Da ist mein Name. Achso. Gehackt. Ich will schnell erinnern. Ja, das habe ich nie vergessen jetzt. Genau. Ja, das ist das übliche Ziel. Ja, da habe ich eigentlich einen Spy-Try-Beat legt. Ja, da habe ich eigentlich einen Spy-Try-Beat legt. Ich bin mir so ein 8er. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich da reingegangen. Ja, da musst du da reingegangen. Ja, da musst du da reingegangen. Dass du wusstest, dass es da noch umgeht. Naja. Aber das Typ muss damit auch. Ja, das ist noch nicht gut. Okay. Ja, gut, gerne mal reinholen. Und da dann noch die Biss. Der sieht das Spy-Try-Beat drin. Was? Der ist nicht mal. Der Typ. Der steht da. Naja, das ist noch wie Kau. Scheiße. Bist du noch mein... Ja, dann halt da, mängstens, Kinder! Du bist noch. Mänghole. Na, mein Ding... Mein Radar ist also, wo du mein Hund bist. Also, das haben sie jetzt schon. Das ist halt rund, das Ding. Und mir hat eckert da oben gedacht. Ja. Das ist du. Aber sonst muss ich noch oben. 4 Funktionen, um Sicherheit zu sehen. Wo? Ah, an den Ergang. Meiner? Ja genau, da oben ist er da. Irgendwo in dem Kreis. Die Sicht bringt doch bloß was, wenn er sich bewegt, das weißt schon. Muss ich ja einigermaßen schneide. Das wird's ja nicht sein, dass keine Ahnung was durch ist. Bei mir rechts oben. Das ist ja auch. Ja da. Das war Hedoa! Ja! Also! Was? Was schon. Ja, dann kann ich da irgendwie Luft aufhalten. Das tut mir jetzt, das ist ja ein bisschen schief. Du wirst du Mehnhaal. Hm. Witzschuldigen hast du doch getrieben, oder? Äh, um... Da hören wir... Da hören wir mal aus. Ja. Ja, warte mal, Mehnhaal wären das nicht mehr geil. Außer doch für die Teen Action. Glaubst du denn machen's? Nein. Ja. Äh, als er noch da hätte mal was hier. So. Wie hängt er mit erreicht? Ja, warte. Ja, warte. Na, ich kann mal funktionieren da. Ähm, explodierender Raum ist einer. Achso, du warst das? Ja, ja, warte. Äh, bist du... Wo bist du hier eigentlich? Äh, äh, warte. Ich bin mein Mann. So kann man hinten in den Spitzenrahmen... Da geht die, wo der oben. Ja, hier oben, der oben, mit dem nicht mit mir. Wo ich nicht meine? Was? Ja, mein Mann, direkt nach mir. Was? Na, nein, nein, nein. Ja, wo, da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, weiter, da. Da, weiter, weiter, weiter. Und dann da direkt anerkonten. Ja, da, 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 da. Drei weg, mach. Ja, da, da. So das war dat nicht. Na, dann war da unten. Da muss ja hinten die kommen. Ich bin der Tupfler. Mach ich den mal hinten um ihn hier hin? Ja, ohne wo dritten... Äh, ohne wenn es nicht nur dritten sein. Aber mach nicht nur ohne rein, weil jetzt wissen es da seine dritten aus. Der ist neuer, aber der ist so schlecht geket, dass ich es nicht auslese. Niemals. Jetzt sag ich mal... Wo bist du eigentlich? Ich stell mich mal. Ach so, warum stellst du mich mal, das denk ich auch nicht voll. Das läuft ja lieber in einer armen Ziegel hin. Baggerraum oder so. Dann mach ich hier einen explodierenden Raum. Ja, wo geht's Baggerraum, bin ich da richtig? Was häng da? Ja. So mit? Ich glaub schon. So, wenn's recht. Na? Ja. Ja. Das ist... Bloß. Ich krieg den Baggerraum. Ey, ich... Müsst du da drin sein? Hast du? So, ich geh mir näher, das glaube ich. Ist mir kippt. Okay, jetzt kippt du mir einen. Der ist ja tot. Wollen wir nach oben oder was? Wie... Woh, wo woh! Du bist... Wie, wie? Ich hab noch mal gedacht, der Mini, eigentlich? Sack. Wie, wie? Woh, wie? Ich hab dir den Baggerraum gemacht. Auch mal. Wie, wie? Wie? Wie, wie? Wie, wie? 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 Wie, wie? Wie, wie? Wie, wie? die sie sind eigentlich gerne so aus der Kunde woher bei mir? äh, wo geht's der? und der auch? äh, wird zum Schönen wieder oben rum nochmal umgehen das war aber Dombor auch noch wer der Beste so im Sinne von hallo hier ist einer wie ich auch Kämpfer das ist in der Kälte Kipfel m wird er in der Nähe müssen wir in der Nähe schweißen was er in der Nähe die ersten die Sieg aber meistens nicht mehr Schätzt du den Bauerraum, oder gell? Ja! Ja! Guck mal, bleib ich da stehen! Kann man bloß noch campen? Ja! Ja, gell, du machst ja wenigstens, was sinnvoll ist! Ja, wenn wir uns zwei ziehen, wir haben bloß noch 40 Sekunden! Das wär so leicht! Und dann muss ich mal einen Film-Film machen lassen! Ja, mach's in Ruhe euch da! Ja, also bitte! Spachtloch! Wollst du den Bauerraum? Ja, da ist ich nicht mehr! Also der Bauerraum schreibt in die Richtung, da hinten, oder? Das da! Warte, das ist Team Zee! Was denn? So war er, ja? Das, oder? Und dann da einfach hin, naja! Wir sehen, was der da macht! Der steht halt auch noch mal an! Ja! Ja! Das ist erst! Also man ist noch... Was? Was? Man ist noch aufgeräht, dass du zum Kummer! Ja! 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 Mein holen machen wir nicht! Mein holen machen wir nicht! Bloß ein Doppelziel! Mach du! Na was! Ja! Starten! Ja! Mach du! Das ist ein Doppelziel! Vielen Dank.